hallo hallo seid ihr wieder zurück bei einem neuen deck von uns hast du was machen wir durch das alte deck gefallen machen wir diese oder machst du mal das noch und diese mache diese das da ist aarons deck wer weiß wer das letzte video gesehen habe weiß genau welches deck jetzt kommen wird also seid gespannt aaron und seine elsa viel spaß nach dem intro geht's los bis gleich tatatata jetzt muss der aron die karten ausfächern so und ihr habt beim letzten mal ja unsere schöne akkuliste gesehen weil ich das deck mehr als hasse welches das akkodeck achso das ist quasi genau das pandort zudem dass das warum ich diese karte spielen muss einmal das meistbeirrende spiel oder befuddel auf englisch aktuell spiele ich noch donals ich werde wahrscheinlich mini mäuse spielen fangen wir erstmal an hallo herzlich willkommen beim neuen video wir stellen heute das rubin amethyst hyper control deck von aaron vor wie nein 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 du musst sagen direkt hier starten du musst du kannst nicht direkt anfangen das erkläre ich aber erst wenn die schlüsselkarten kommen ich mache jetzt eine überleitung zum alten video dann nein gibt das ist ein neues video aaron das funktioniert so nett doch dann macht eine überleitung alle alle müssen das alte video gucken vorher guck das alte video bevor das hier guckt bitte sonst sonst verpasst ihr die zusammenhänge es gibt aber noch mehr der spiel spiele spiele eine rubin amethyst control liste und diese karten sind eigentlich nur in meinem deck weil ich das akkodeck irgendwie bremsen muss der hauptgrund warum ich das deck spiele ich zeige euch erst die kleine dann die große diese nette dame die elsa man sieht natürlich möchte der aaron hat eine wunderschöne disney prinzessin ist möchte die die kleine elsa natürlich hauptsächlich spielen um die große elsa darauf zu spielen weil die genau das macht was einen control der gerne machen möchte ich bremse den gegner mit dem kleinen deck kann ich sachen erschöpfen das heißt sie sind dann auch ziele zum beispiel für meinen gaston oder für andere die mir gleich noch sehen werden und das große ziel von der kleinen elsa ist dass die große elsa spielen kann die dann zwei gegnerische charaktere erschöpfen kann und diese quasi eine runde lang einfriert viele spielen die jetzt nicht mehr aber ich kann natürlich keine elsa ohne die anna spielen dass das bricht mir das herz deshalb muss ich einfach weiter die anna spielen die anna kann nämlich solange ich eine elsa habe einen erschöpften charakter auch eine runde lang einfrieren wenn sie gespielt wird du und deine nostalgie nostalgie dass das spiel ich nur wegen meiner tochter das dachte ich mir schon wenn du deine tochter nicht hättest würdest du ja noch ekelhaftere sachen es kommen wir zu der tatsächlichen nostalgie von mir weil rubin bietet eine tolle karte und ich liebe diesen charakter den aladdin das ist mein absoluter favorite von meinen kindheit sachen also wenn ich an meine kindheit mit disney zurückdenke dann denke ich immer an aladdin und wir spielen den kleinen aladdin einmal weil er auch gegen das akku sehr gut ist ja also er nimmt eine legenden punkt generell allgemein das gute ist eigentlich der groß aladdin der große aladdin der cloud dem gegner zwei legenden punkte und gibt einem selber zwei legenden punkte immer wenn er was in der challenge besiegt das bedeutet dann potenziell kann ich das natürlich dann auch noch öfter machen indem ich den aladdin halt wieder bereit machen kann und dann die kleinen sachen abtauscht dazu habe ich dann den lefou dabei ich kann auch kein gaston ohne lefou spielen deshalb werden die wahrscheinlich auch einfach drin bleiben und zusätzlich ich habe die ganze zeit eigentlich einen entfacht das feuer gespielt das habe ich immer getintet weil ich nie gebraucht habe wenn ich es gehabt habe im prinzip und spiele jetzt lieber ein schild der tugend dazu das kann den bereit macheffekt für drei tinte immer wieder machen das heißt potenziell kann ich den aladdin jede runde bereit machen bis er dann drauf geht dafür kann meine elsa retten sie machen sie erschöpfen was ich mache die elsa wieder bereit kann ich mir die elsa angreifen aber ich habe was erschöpft schild der tugend ist schon also schild der tugend ist eine super starke karte und wenn ich den aladdin nicht gestaltwandel auf den kleinen kann und damit dann direkt seinen effekt nutzen kann indem ich was challenge haben wir hier noch mal eine taschen uhr die mir dann erlaubt dem aladdin rasant zu geben und diesen effekt dann auch zu bekommen ist auch nicht schlecht mit dem gaston weil eigentlich vermisst der gaston so ein bisschen dass er generell rasant ist ja hätte ich gefühlt wäre wahrscheinlich dann krass stark schon und an generell karten spiele ich dann noch zweimal den mickey maus als tapferes schneiderlein weil es einfach eine starke karte ist sie muss beantwortet werden weil sie wendig ist das heißt das kann sie keine normal herausfordern und ich spiele aktuell noch diese jaffars weil wie man gleich auch noch sehen werden in amethyst sehr viel kartor drin ist an sich also ich habe viele optionen karten zu ziehen und der jaffar ist immer so groß wie meine handkarten größe ist vorne das heißt der hat potenziell dann immer 3 4 power vorne der vorteil gegenüber den challengern ist dass er die power immer hat ja das heißt der jaffar ist auch gut wenn der gegner noch dran ist finden einfach ein bisschen besser als den challenger jaffar der gerne gespielt wird den 2 5 mit herausforderer 3 finden einfach ein bisschen besser gerade in dem deck so dass es das ist so der kern worum ich spiele und jetzt müssen wir natürlich gucken dass die strategie auch irgendwo aufgeht weil wir am anfang gehört habt ist das nun control deck das heißt wir müssen das gegnerische board auch ein bisschen kontrollieren und dafür haben wir dann auch entsprechende mittel ja wir haben einmal den von mir ein etwas unterschätzten maui dadurch dass wir so sachen wie den kusko haben ja den ich nicht mit dem nächsten removals bell dem drachen feuer los werden kann beziehungsweise da dass der maui halt potenziell auf dem feld liegt und eine bedrohung darstellt für gegnerische charaktere die questen macht ihn halt sehr attraktiv dann haben wir hier das drachen feuer das ist mein eigentlich gangster ich zerstöre einfach irgendwas zu dem drachen feuer gehört eigentlich natürlich dann auch direkt die maleficent oder malefiz als drache die wenn sie gespielt wird denselben effekt noch mal hat also sie zerstört was einen charakter wenn sie ins spiel kommt und wir haben wenn der gegner mal viel mehr sachen auf dem spielfeld hat und uns bedroht oder auch gegen den kusko das sei bereit dass dann das ganze board einmal leer räumen kann das ist das removal package in dem deck und dann haben wir noch card draw einmal die normale maleficent die eine karte zieht sobald sie ins spiel kommt dann haben wir freunde im schattenreich die am liebsten von der malefiz gesungen werden und wir haben von vielen sehr unterschätzt weil er ein bisschen teuer ist an sich den wunderspiegel aber seinen namen treu bleiben vollbringt der wahre wunde indem er die karten auf die hand bringt wir spielen davon nur zwei weil das der große nachteil von der karte ist halt dass er nicht zur tinte werden kann das seid bereit und das drachen feuer haben diesen nachteil im prinzip auch aber das sind zu starke karten als dass ich sie nicht spielen wollen würde ist quasi berechtigt so wenn wir damit dann kontrolliert haben dann wollen wir irgendwann den spieß ein bisschen rumdrehen und dann spätquesten wir sehen die maleficent kann für zwei questen der jafar hier questet für zwei die mickey questet für vier der aladdin der will eigentlich gar nicht questen der könnte für zwei questen aber der tradet immer wieder zwei legenden marke in unserem favor dann für uns wie gesagt spiele die anna sehr gerne die auch für zwei questen kann und die große elsa questet für drei das heißt ich setze im gegensatz zu dem deck was man sich vorher vorgestellt haben nicht auf die günstigen zwei questen sondern ich setze halt auf die höherwertigen drei oder mehr questen und habe ein paar zwei questen als backup dabei sehr schön ja jetzt habe ich tatsächlich ist mir gerade in den kopf gekommen weil du mir gestern diese liste ja geschickt das plus die liste die andere leute spielen ja ist mir tatsächlich aufgefallen dass eine kombination eigentlich auch noch sehr sehr gut ist die gar nicht bei dir da drin ist das ist die kombination aus schild der tugend und der bösen königin richtig weil die zieht ja dann zwei karten die kann potenziell zwei karten ziehen mir ist die große königin aber ein bisschen zu langsam ja ja gut das problem ist halt dass die halt sehr viel kostet die kostet fünf ja ich muss jetzt in den spielen sehen ob ich die krönigin über den schafar spielen würde es ist potenziell mehr card draw weil die königin natürlich viele karten ziehen kann und beantwortet werden muss und zu tinte werden kann das ist natürlich ein großer vorteil ich spiele auch keine die königin ist eine option die in das deck kommt ich habe am anfang schon erwähnt dass ich wahrscheinlich die mini-mäuse die 1er drops mit 1 3 über den donald spielen werde das sind einfach spielerfahrung die man machen muss na viele spielen die kommode auch in dem deck drin die hat 3 4 für 3 oder madame kommode für 3 kann zur tinte werden 3 4 weil das problem ist oft dass die drei hinten schnell weg ist oder viele drei vorne haben ja die kommode würde dadurch für muft werden wir sehen ich spiele zum beispiel auch gerade wegen solchen karten oder wegen dem eigentlich 90 prozent wegen dem kusko spiele ich die gastons die gastons haben vorne die 4 das macht den so viel besser als die drei drops ich spiele kein rafiki was ich spielen sollte wahrscheinlich aber ich kann meine anna nicht ersetzen viele spielen keine anna mehr die spielen rafikis die arme anna kann ich ersetzen ich kann die anna einfach nicht ersetzen das also wenn es spieltechnisch woraus bei lokana ja gar nicht so sehr ankommt wie bei zum beispiel magic oder so bei magic sind turniere da wollen wir gewinnen da geht es ums gewinnen wenn ich gewinne kriege ich mehr preise das ist das was die leute wollen bei lokana geht es viel viel mehr um spaß ja ich habe halt spaß an solchen decks wir machen diese decks unheimlich viel spaß deswegen bleibt die anna einfach hier drin ja ich habe mir sogar schon einen entwurf gebaut weil für die liga wenn ihr euch das video noch nicht angeguckt habt wir haben eine liga wo es immer die wöchentlichen zehn punkte gibt und man wird belohnt indem man ja besondere sachen macht zum beispiel ein disney t shirt mit dem charakter drauf trägt oder ein deck baut das bestimmte kriterien erfüllt oder verschiedene sachen auf dem spielbrett gleichzeitig hat zum beispiel alle drei musketiere gleichzeitig haben das gibt extra punkte für die liga also habe ich mir ein deck überlegt mit dem schönen namen frozen wo nur frozen charaktere drin sind ein robin und amethyst nein stahl und amethyst ich habe in stahl den christoph ah ja doch stimmt den sven nee denn das wenn wir sind amethyst in stahl habe ich den christoph aber ich habe auch den hans der zwei questen kann und schaden pingen kann und dann nehme ich das ganze removal package noch zusätzlich von denen mit ja kommen wir noch mal zu dem deck kurz darüber sprechen wir auch noch mal bei dem deck über die was würdest du maligen was würdest du keepen was wird tinte so das ist bei dem deck natürlich besonders schwierig weil es hier ganz ganz arg auf das match up drauf ankommt also du bist du mal ich würde mal hier anfangen teils zu machen du bist ein control spieler also hast du ich bin ein control spieler also hast du ich möchte potenziell du brauchst antworten ich möchte potenziell gegen aggrograde donals halten zur sicherheit weil das dann meine tinte werden würde ich möchte eigentlich immer kleine und große aladdin sehen weil das meine antwort auf die meisten control strategien dann ist äh aggro strategien ist weil der kleine aladdin der bremst schon mal einen einen legendenzähler der große bremst noch mal härter ja das heißt die möchte ich eigentlich sehen ich möchte einen sich auch malefiz malefiz plus freunde im schattenreich freunde im schattenreich und alternativ elsa zum potenziell shiften oder zum singen haben je nachdem wenn ich mein match up kenne brauche ich wahrscheinlich die hier auf der start hand je nachdem ja je nachdem ich würde sie halten wahrscheinlich das sind die karten die ich halten würde auf jeden fall auf die würde ich hoffen wenn ich das andere weg maligen maligen würde ich wahrscheinlich sehr sehr wahrscheinlich eine malefiz sind das hat zu teuer für neun das brauchst du am anfang zu teuer genauso wie die mickeys und genauso wie die großen elsa also ganz klassisch die high drops erstmal weg weil die können die potenziell siehst du dir eh wieder nach weil du ziehst ja sowieso generell viele karten und die kannst du am anfang halt überhaupt nicht gebrauchen würdest du in einem match up gegen den kusco beispielsweise dann seid bereit keepen wenn ich weiß dass er es spielt weiß ich nicht ob ich nicht versuchen würde nachzuziehen ok also das sind potenziell die removal sachen die ich nachziehen wollen würde ja und situativ das ist ja schön wie er die ganzen karten hier rumfächert situativ situativ möchte ich das dann irgendwann nachziehen ja entweder um was länge erschöpft zu halten um selber dann wieder weiter karten nachzuziehen oder um den aladdin stärker zu benutzen das sind sehr situative karten dann die übrig bleiben ja und Jafar das Schild die wandern fast immer in die Tinte weil sie zu dem Zeitpunkt wo ich sie auf der Hand habe nicht benutzt werden können also ich würde auch ein Schild wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich in Runde 1 spielen sehr sehr unwahrscheinlich das bringt nämlich nichts am Anfang ja ja klar natürlich nicht also es bringt dir frühestens was wenn du eine L saßt um sie zu beschützen das heißt wenn du den Plan hast gut ich habe hier die Kombi auf der Hand zum Beispiel dann würde ich eventuell das Schild spielen wenn es mir nicht an Tinte mangelt um die um die Elsa potenziell vor Gefahr zu beschützen um die große dann drauf zu spielen das die Taschenuhr ist eigentlich nur dafür da wenn ich den Aladin nicht quasi rasant bekomme indem ich ihn ja Gestaltwandel das ist das Backup sozusagen es wird zu Tinte weshalb ich es spiele überhaupt würde es keine Tinte werden können würde ich die Uhr nicht mehr spielen ja klar also im Gegensatz zu dem Spiegel würde ich den Effekt von der Uhr da nicht spielen ich würde wahrscheinlich einen Ursulas Kessel spielen stattdessen gut der ist der wird auch sehr viel gespielt sehr sehr beliebte Karte ähm ich habe aktuell keinen Platz in meinem Deck ich bin nämlich nicht der Fan davon ich spiele schon mehr Karten als 60 ich spiele schon 63 glaube ich aktuell vielleicht gehe ich auf 64 hoch ich weiß es noch nicht gerade weil es halt ein Mill Deck gibt und weil das Control Mirror oft so entschieden wird die Aladin's traden die ganze Zeit hin und her dann hast du dann ist immer unentschieden dann immer wenn die andere ich spiele eine Elsa ich spiele eine Maleficent ich spiele eine Elsa ich spiele eine Maleficent hin und her ja oder ich spiele eine Maleficent auf die Maleficent ok ich spiele ein Dragon's Breath of the also im Mirror ist das sehr anstrengend und kann dadurch entschieden werden weshalb ich aktuell mehr Karten spiele als die empfohlenen 60 oder die mindestens 60 ne generell zum Deckbau sollte gesagt sein es ist oft nicht ratsam mehr als die Mindest Voraussetzung an Karten zu spielen weil ihr natürlich die Chancen verwässert dann das nachzuziehen was ihr wollt wenn ich jetzt anfange zu spielen und zwischendrin möchte ich natürlich dann immer Karten nachziehen die mir situativ was bringen deshalb ist der Donald wenn ich nicht gegen Akku spiele oder der Gaston zu 90% Tinte weil wenn ich den nachziehe dann ist das genau sein Berechtigungsgrund in dem Deck noch Tinte ja das ist ja okay ich möchte keinen Donald spielen also ich meine generell müssen der Decks auch so konzipiert sein dass du wenn du was nachziehst dass du genau weißt was zur Tinte wird und ich meine wenn das bei dir der Fall ist wenn du nicht gegen Akku spielst ist es ein No-Brainer da hast du immer eine Karte die immer Tinte wird und das ist ja in vielen Decks auch gut dass es vorhanden ist weil du niemals die Entscheidung dann quasi hast dass das einfach nicht passiert genauso wie die Uhr vermutlich oder Gaston oder Bifaddle das ist einfach ein No-Brainer Tinte was dir eine Entscheidung schon mal wegnimmt und was ist doch eigentlich in jedem Deck immer wichtig zu haben wenn man weiß an welcher Situation oder in welcher Situation man sagt okay das wird einfach Tinte ohne drüber nachzudenken würde wahrscheinlich so weit gehen und sagen dass ich das auf einmal möglichst auf der Starthand haben wollen würde eine Elsa würde ich halten wenn ich sie habe aber wird auch nicht hart auf sie mal legen wenn ich sie jetzt nicht habe und je nachdem was ich von denen hier jetzt im Matchup brauche versuchen eins von denen zu bekommen ja dann haben wir so unsere Pakete das ist mein Late Game sowieso ja ihr seht das ist mein Late Game Paket beziehungsweise ein sehr situatives Paket dann ich werde den wahrscheinlich doch durch die Königin ersetzen weil es weil er zu schlecht dann doch ist man zieht dann doch lieber Karten das ist so ein bisschen in Kombination hier unten das ja Late Game oder Combo Paket sage ich jetzt mal hier dazu das ist das was ich auf jeden Fall sehen will im Spiel um weiter an die Sachen zu kommen und das sind meine Removals die ich brauche wenn der Gegner was hat loswerden wird so kommen wir jetzt aber generell ganz kurz mal zum Thema Schwierigkeit des Decks das ist schon ein Deck was man nicht unbedingt sagen wollen sollte also wenn man das als Anfänger wenn man das als Anfänger spielt dann hat man am Ende vom Abend wenn man damit ein Turnier spielt Kopfschmerzen genau das wollte ich auch gerade sagen also es ist nicht unbedingt einfach es ist eigentlich sogar sehr sehr schwer man muss die ganzen Karten wissen man muss wissen was man zu welcher Situation removed was man zu welcher Situation im Prinzip sucht oder haben will genau das heißt es ist halt es ändert sich im Prinzip jedes Mal abhängig vom Gegner wie der spielt was der spielt ja also es ist im Prinzip muss man die Kontrolle muss man das Board zu jedem Zeitpunkt am besten zu 99% kennen und auch wissen was hat dein Gegner eigentlich getint in die Ink gelegt damit du weißt und abwägen kannst das kann noch kommen oder kommt nicht mehr ja also es ist schon sehr sehr fortgeschritten man muss viel denken man muss immer dabei sein man muss immer sehr sehr ja man muss voll fokussiert sein bei diesem Deck also würde ich auch sagen es ist nicht unbedingt für Anfänger geeignet ne wenn man schon mehr das ist schon eher ein fortgeschrittenes bis Profi genau also man muss wenn man keine Kartenspielerfahrung hat generell würde ich davon die Finger weglassen egal wie stark das Deck ist ja das wird aktuell als das in Variation als das stärkste Deck gehandelt das ist nicht die stärkste Version von dem Deck also die gibt es stärker aber der Kern und auch die Farbkombination ist aktuell als das stärkste Metadeck verschrien natürlich auch das Deck was wir vorher hatten diese Deckstrategie ist auch sehr 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 stark das ist im Prinzip genau der Counter zu dem weil das ist schnell genug damit das nicht ins Spiel kommt kommt dieses Deck ins Spiel also das jetzige was jetzt vor uns liegt dann wird es sehr sehr schwierig für den Gegner auch ist es bei diesem Deck so dass man eigentlich gar nicht gar nicht am Anfang so viel questen möchte sondern man versucht die Kontrolle des Spiels ich hab am Anfang auch quasi nichts zum questen also am Anfang des Spiels das ist auch das große Problem der Aladin der wird meistens sogar erst gespielt wenn der Gegner gequestet hat die Maleficent die sinkt zu 90% was oder also sie hat halt einen Questwert von 1 mit dem möchte man nicht questen ich möchte im Early Game meine Antworten finden dem Gegner seine Sachen removen in Form von Kreaturen also Charakteren hier Maui oder Donald und Gaston sind dafür da oder in Form von Aktionen ja mit dem Drachenfeuer oder dem Seidbereit oder dann später raus mit der großen Maleficent ja das sind die die Antworten auf das gegnerische Board zusammen ein bisschen mit der Elsa und auch die fangen dann erst an zu questen später genau also man muss schon mindestens neun Tinte auf dem Board haben sagen wir mal acht Tinte bis man das erste Mal effektiv außer man hat keine andere Wahl wirklich ins Questen geht also das Spiel das Ziel wenn der Aladin kein Target hat Queste der hat noch Not gedrungen aber genau also das ist auch der einzige Grund wie man überhaupt zu early zu Tinte beziehungsweise zu Tinte zu Lore kommt ist wenn der Aladin jemand vielleicht getradet um dort dann die zwei Punkte mitzunehmen und da ist auch wichtiger dass der Aladin im Gegner die wegnimmt ja so und dann hat man schon erkennt man schon okay das Spiel geht mit diesem Deck viel viel länger außer der Gegner ist schnell genug und daher erstmals challengen und am Schluss dann versuchen den Sack zuzumachen wenn man dann die Kontrolle des Spielzeites dauert in diesem Deck sehr lange das ist ein bisschen aufwendig man muss hoffen man muss viel beten gerade gegen das Akku Deck gegen andere Decks muss man weniger beten weil man dann genau weiß da kommt der Punkt wo dann die Wende passiert und man die Kontrolle des Spiels hat und der Gegner out of steam geht und dann hast du im Prinzip das Spiel gewonnen weil dann gewinnt man häufiger so 15 zu 20 dann die Matches weil man dann am Schluss ihn bei 15 stehen lässt alles weg so die Deckstrategie so dieses Deck es ist ein sehr sehr anspruchsvolles Deck es ist ein sehr sehr starkes Deck es ist aber auch ein sehr sehr komplexes Deck muss man dazu sagen demnach nichts für Anfänger aber für Fortgeschrittene auf jeden Fall habt ihr Fragen zu dem Deck dürftet ihr die gerne in die Kommentare schreiben der Aaron ist sehr sehr gerne bereit euch die Antworten zu liefern natürlich können wir auch die bessere Deckliste euch nochmal präsentieren und zeigen warum wenn man nicht Aaron wäre und nicht Anna spielen müsste was man dann stattdessen so spielt ja also ich sehe viele aktuell man kann es ja einfach mal also es ist nicht viel anders viele spielen auf dem Slot dann drei Rafikis viele spielen statt den Jafars die Königin das werde ich wahrscheinlich auch noch machen die Variation hier oben ist der Donald gegen die Mini tauschen oder gegen den Archimedes oder gegen den Sargent Tips es sind einige schon dazu übergegangen die Elsa zu ersetzen die spielen dann noch mehr Early Drops also die spielen meistens dann vier Archimedes und vier Sargent Tips oder vier Mickey Mäuse äh Mini Mäuse also in der Kombination die haben dann quasi acht Einser Drops den Gaston als Zweier Drop noch die spielen dann aber oft kein Befaddle mehr ähm viel anders ist dann auch nicht viele spielen dann nur noch drei von den Elsars drei von den Aladin was ich nicht sehe ähm dafür mehr Königin oder viele spielen dann den Cauldron auch noch von der Ursula der eine Karte angucken zwei obersten Karten angucken kann eine oben drauf eine unten drunter legen kann ähm das sind so die Variationen von den Backoft viel mehr Variationen gibt es gar nicht ja also der große Kern ist gesetzt viele also was was tatsächlich der Lefou ist auch noch so ein kann getauscht werden ne ja aber so viel Variationen gibt es tatsächlich gar nicht wenn ihr das sehen wollen würdet welche Liste besser oder welche noch wir können euch einfach auch mal eine Liste verlinken die jetzt auf einem größeren Event schon gespielt worden ist die damit auch gewonnen hat ne dann seht ihr mal was man spielt wenn man nicht hardstuck auf Anna Elsa ist genau und äh ja vielen Dank fürs Zusehen ähm vielen Dank dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt wir hoffen euch hat das ganze gefallen ich hoffe ihr konntet das alles ein bisschen verstehen warum Anna warum Anna Elsa hartstuck weil die Geschwister gehören zusammen irgendwie irgendwo auch der Aladin Arons Fan Favorite und äh ja wir sehen uns beim nächsten Video das nächste Deck kommt bald versprochen und äh wir sind auch hart daran eine Gameplay Lösung zu basteln beziehungsweise wieder herzurichten damit wir euch natürlich auch mit Gameplay versorgen können auf dem Board auf dem Brett wann das soweit ist werden wir dann sehen wir hoffen euch auch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben und verbleiben in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend macht's gut bis zum nächsten Mal Tschüss 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 LotsSLU inconsikte TO begun bis zum nächsten Mal hops at ichte SAT efect maybe in two Sa